Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir sind jetzt an den Nieuwerch. Die Kanäle sind Jahrhunderte alt, die diese Wiesen hier bewässern. Gerade hier vor dieser Fläche haben wir Aufnahmen gemacht zur Artenvielfalt von diesen Heuwiesen. Wir haben fünf Wasserkanäle untersucht im Wallis. Wir haben festgestellt, dass die Gouvernanzstruktur sich verändert hat über die Jahrzehnte hinweg. Ich habe vor allem gelernt, dass das ein Wert ist, den wir erhalten müssen. Sobald man den Innenwert erkennt von so einem System, hat man plötzlich frei daran. Man nimmt die Zeit auf Schicht und vielleicht die Mehrarbeit auf Schicht, das zu erhalten und das auch noch in einer Generation weiterzugeben. Die Wasserkanäle oder Berieselungslandschaften, wie wir sie hier haben, sind explizite Beispiele für die neue Agrarpolitik. dass die Mehrleistungen, die hier für die Datenvielfalt und die landschaftliche Vielfalt auch abgeholten werden, dass wir ihnen Argumente liefern, wieso ihre Form von Bewirtschaftung so wichtig ist.